So, Backrooms Rack, Lutz. Mal wieder ein schönes Backrooms Game, Mann. Richtig schön. Boah, ne, im Ausland finde ich ja viel zu. Oh mein Gott. Junge, ja, ja, ja. Ich muss wieder ein bisschen runter machen. Es ist brutal viel. Ich mach die Kamera Sway Intensity. Verwachtungstamp. Sway? Was ist Sway Intensity? Das ist dieses Nachziehen, so diese Trägheit da drauf. Aha. Wie man davon aussieht, wenn man die... Oh ja, oh ja, das ist angenehm. Das ist toll. Okay, also wir nehmen mit erstmal ne schöne... Was hat er da jetzt da grad gemacht? Was macht er da? Hau ich da jemanden? Achso, mit Mausklick nehme ich das auch. Was ist das? Pick up camera? Kann ich nicht mehr mitnehmen, weil ich die... Achso, das ist... Ey. Ohohohohohohoho what? Bei der Macht von Grezka. Ohohohohoho. Wie er sie pusht? Nimmst du die Cam mit? Junge, was für ein'n'n'n'Camp? Was ist das? Wie kann ich sie mit dem Auswand zoomen und den 80 Modus wechseln? Ah, du kannst glaube ich... Nein, kannst du nicht. Der 80 Modus ist komplett useless. Was hab ich denn da jetzt? Das liegt einfach gar nix. Was steht denn da? Report any suspected cases of infection. Symptoms are flu-like and include fever, vomiting, respiratory problems, ligma boards, Problems and fatigue in combination with rashes and pustules. Pustules? Pustules, keine Ahnung. Do not endanger others. Genau, das werden wir jetzt machen. Das ist halt auch gefühlt die Taschenlampe, die es halt einfach im Unreal Engine Shop gibt. Die kauft halt gefühlt jeder. Wieso kann ich mit Q so zur Seite laufen? Aber mit E umsichtig. Oh mein Gott! Hä? 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 Da macht er nix. Okay. Ich konnte mit R, konnte ich meinen kleinen Bildschirm hier. Ich nicht. Hä? Warum? Okay. Das ist eine Taschenlampe. Das ist das Ding hier, was da liegt. Kann ihre Teamkameraden lokalisieren. Hier steht aber, wolltest du nicht Kamera mit zoomen? Äh, ne. Hä? Kann ich nicht mitnehmen. Hier, blitzlich mit Stroboskop kann... Achso, hast du schon. Kann einige Wesen abwehren. Achso, es ist ein Blitzlicht. Ah, wow! Brrrr! 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 Ja, danke. Ich bin jetzt behindert. Okay, komm! Buf, 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 buf! Junge, die Rennanimation. Hihihi! Leiten sie das Verfahren zum Öffnen der Schwelle ein. Okay. Ja, die deiner Augen sind so oder so schon gebumst. Threshold opening in bla bla bla. Ist das die Pforte zu den Backrooms? Oh shit! Ja, komm! Hier, der typische Level. Hallo? Da oben ist Schmodder. Da oben ist Schmodder. Könnt ihr im Chat bitte sagen, ob vom Sound her so weit passt? Ich liebe es, man. Alter, aber der... Das Level sieht aber bisher am dreckigsten aus, so. Ein mühlauter? Ja, ich kann dir das tatsächlich nicht beurteilen. Wie gesagt, mein Kopfhörer ist im Arsch, Alter. Ich hab nur links was. Also, ich hab nur normal links was. Ja, das sollen die entscheiden, oder? Ja, das sollen die entscheiden. Also, du hast jetzt ne... Deine Kamera und mit der kannst du halt auch Licht machen, oder wie? Oder siehst du das? Ja, ich hab... Das ist wie ein Outlast. Ah, wie ein Outlast. Das ist okay. Hä? Hast du das gerade? Hä? Was macht hier? Piep, 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 piep. Hä? 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 Das ist halt ein Level, wo wir beim letzten Mal immer runtergefallen sind. Hä? Was ist das hier für? Hä, rap, doch was geht. Hä? Hä? Was macht hier piep, piep, piep? Hä? Hä, meine Kamera... Faktor. Er kann auch noch mein Licht. Ich erwarte, das ist ein Monster. Ey, wieso ist alles hier so abgeranzt, Mann? Die Backrooms sind einfach schon alt. Die Backrooms sind runtergekommen. Hä? Fußspuren. Hä? Geh nochmal rein. Oh shit. Ich trau mich aber nicht. Ja, was ist das denn? Oh mein Gott, das war so ein Monster schon da. Ne. Ne. Würde es ganz geil finden, wenn man den Filter ein bisschen entschärfen könnte. Die chromatische Aberration geht mir richtig auf den Sack. Zumindest sind die Animationen gigasmooth. Also das muss man den mal lassen. Das sieht so böse aus. Hey, wieso ist meine Taschenlampe so broke? Hä? Ey. Das sind Horrorspielen da immer so. Also entweder, entweder gute Taschen... Was war das, Mann? Entweder, entweder gute Taschenlampe oder mehr als drei Meter rein. Oh, Brinke. Vielen, vielen lieben Dank. Ehre. Oh, der ist einfach schon leer. Das kann sein. Mach ich so. Ich hab halt auch nur eine gewisse Anzahl. Hä? Also... Oh, ist das vielleicht das Ding hier, was hier so piep macht? Also mein Gerät? Oh ja, das kann sein. Der Gerät? Alles klar. Viel Spaß. Ich juge. Oh, guck mal, eine Tür. Durchgang für meine Größe. Oh mein Gott. Juge, ich seh nichts. Oh wow. Voll unnötig. Das war useless. Oder auch nicht. Hä? Voll wie. Voll wie. Was sind denn das für Lampen da oben? Und die eine ist so giga. Ah ja. What the fuck? Das ist die Mother Lamp. Da ist schon wieder rot. Ja, Rode ist tot. Ja, aber... Ich erwarte ja jeden Moment, dass mich irgendeinem dieses... Metallmonster angreift. Eigentlich schon. Huch, was ist das für eine Tür in der Ecke? Die wird sein. Da geh mal rein. Das sieht einladend aus. Guck mal, Tür zu hier. Ach guck mal, jetzt sind wir hier oben. Okay. Ach nein, bitte. Und jetzt? Jetzt gehst du, oder was? Allo, okay. Geh doch weg jetzt. Was war das? Ich glaube, wir können jetzt durch. Wir brauchen einen scheiß Code. Code? Also jetzt nicht hier vor die Tür kacken, Arnold. Wir brauchen Zahlen. Okay. Zahlencode. Ja, das ist mal 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 3, 7. Ups. Äh. Hä? Hast du das gehört? Ne, was? Hä, 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 hä. Ja, schön, dass das nur bei mir war. Hey, das beruhigt mich. Was war da? Äh, es hat irgendwie so, weiß nicht, so eine Frau geschrieben oder so. Ja, ja. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar. Jojojo. Jojojo. Ja, ähm. Äh. Werden wir in Atmen? Das sind wir, glaube ich, oder? Was war das? Ich hab's aber vorher nicht gehört. Was heißt denn kein Zeichen? Benutzen Sie es, um eine Drohne mit Rädern zu steuern. Warte mal. Ah, lol, okay. Ah, zwei, drei, vier, sechs, neun. Zwei, drei, vier, drei, vier, sechs, neun. Ich hab da auch ein Foto vorgemacht. Neun. Guck mal, da. Das hab ich grad gesehen. Ich hab mir ein Foto vorgemacht. Easy. Ah, da, das Ding ist es! Ja. Damit bin ich grad gefahren. Ach, dich hören wir die ganze Zeit, Mann. Lassen wir jetzt auf? Der Flash mich grad absolut in Oblivion, Alter. Hahaha. Was war das? Sieh an, Gott, wie eine Maschine, die grad hochgefahren ist. Das ist die Frau, die weint jetzt. Die sinkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So was machen wir hier? We don't do that here, Junge. Da ist ein Treppel, der geht nach oben. Ich hab hier, ich hab hier einen Minimixer bei mir stehen, ja. Wenn, wenn ich einfach Angst hab, geh ich in den Mushy Modus. Dann drück ich einmal auf Mute und dann ist gut. Hahaha. Wobei, das Schlimmste war immer ein Devourer, Alter. Die, die Jumpscare sind Devourer, Alter. Der hat sich immer komplett aus dem Leben gegietet. Das sieht doch stark aus hier. Irgendwie Spinne. Hahaha. Wenn ich nur dran denk. Weißt du noch so? Ne, ich bleib jetzt im Schrank, ich bleib jetzt im Schrank. Und dann auf einmal ein Partner so. Die haben mich aus dem Schrank gezogen. Ich so, nö. Hahaha. Das Vieh ich, ja, Mann. Was mega gepusht hat. Was war das? Was war das? Was war das? Was war? Was war das? Das ist von rechts an links gelaufen, Alter. Ich hab nichts gesehen, Mann. Ich hab nur so grad weggeguckt. Na ja, klar. Mann, ich hätt auch das Ding mitnehmen sollen. Wenn ich einen Vorschlag machen sollte. Ich glaube, wir sollten uns aufteilen. Wir sollten uns aufteilen. Das ist eine ganz gute Idee. Das verbessert unsere Überlebenschancen. Du darfst nur drauf treten, wenn es an ist. Sonst stirbst du. Ah. 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 Keine Ahnung, ob wir richtig laufen. Na ja, also. Weiß es auch nicht. Huch, da ist wieder rot. Huch. Junge, da bin ich in irgendeinen Albtraum gefangen? Ich denk mir dann auch mal so, wieso gehen wir hier überhaupt rein? Was ist denn das für rutschen? Hey, kann ich da hinlaufen? Dein fucking Ernst. Hey, was? Nein. Nein. Wie sieht das aus? Oh, wow. Okay. Ja, nein. Du musst deine Brille abnehmen, Arnold. Das ist gelb. Was ist das? Das ist, ja, das ist auch. Nee, das ist eher so grünlich. Das ist gelb. Ach, Assi, Arnold, du musst deine Brille abnehmen. Ach, komm, ey. Fünf Minuten. Rinky, weißt du, kommt er hierher. Mach diesen. Mach direkt Auge. Denk siehst du, so, jetzt hab ich reingestabt. Jetzt kann ich ihm direkt erstmal hier so was aufhalsen. Halsen. Halsen. Haha. Okay, fünf Minuten läuft. Das heißt, du guidest mich. Junge, ich sehe doch selber nichts. Junge, ich kann dir das nicht aufnehmen. Ja, er kann sich auch noch hinstellen. Auch noch. Jetzt beim Aufstehen, weil ich siehst, wo du hintrittst. Erstmal auf den Maul legen. Arbeitsunfall. Versicherung so, nö. Versicherung so, nein. Fuck you. Sieht dann legit aus wie der Panda, Junge. Ist halt einfach so. Ich wollte ja die Brille anziehen, auch mal. Ich bin so dumm. Direkt so, wo ist meine Brille? Phantomschmerz, Alter. Okay, dann machen wir die. Boi, Yashi hat dich noch weiter gebumst. Kannst deine scheiß Maske holen, Alter. Ach, Mann, ey. Wie lange muss ich die tragen? Zehn Minuten. Ach, komm. Schatten da. Das Gute ist, mit der Maske, also ohne Brille, tut es nicht so weh. Das grenzt einfach gerade schon ein bisschen an Mobbing. Yeah. Oh, Mann. Wir lieben dich halt, Arnold. Ich hab nur gehört, wir lieben dich halt, Arnold. Arnold. Boah, die armen Kopfhörer, Alter. Die, die. Okay, dann gehen wir mal hier lang, oder? Ich hoffe, wie das mich pumst. Oh, Mann, ey. Ah, lol, wir kommen dann. Warte mal. Hä? Moment. Nein, oder? Alter, was ist das für ein Level? Gibt es mal an. Bist du? Ich bin gerade am gucken, ob ich dich jetzt irgendwo sehe, weil ich irgendwie das Gefühl habe. Komm mal hier her. Okay, lauf mal bis zur Wand. Lauf mal bis zur Wand. Jetzt sind wir hier in die Wand. Komm mal hier. Ah! Alter. Fickt euch! Ja, das hat schon cool gemacht, also... Hä, wo bist du? Hast du mich gar nicht gesehen? Warte. Ich stelle mich da nochmal hin. Stell dich nochmal zur Wand. Ah, ja, ich sehe dich. Ja. Schon geil. Also, ich muss jetzt... Wie lange stehen? 15 Minuten, ne? Da stehen 15 Minuten, den Totenkopf, was gezählt und ohne Brüder 5. Okay. Das ist ja nice. Das ist ja nice. Guck mal, wenn du hier bist und hier schaust. What the fuck? Was ist das für ein Level? Was war das? Ich verpiss mich, Mann. Was war was? Ich habe gerade ein Geräusch gehört. Ach, ja. So. So ist nicht. Macht da nichts. Da war was im Auge. Wie der Schatten liegt gerade, Bums. Wo laufe ich da gerade hin? Es ist gerade alles verschwommen, finde ich. Hä? Ja, natürlich. Sind wir jetzt hier irgendwie bei Doctor Strange oder was? Ist das wieder so ein... So ein Generator. Dann lass den mal machen. Die fliegen Sachen in der Luft, musst du so. Hör auf! Hä? Hä? Was ist das Strobo jetzt? Was ist das? Du, wie das Kabel. Ist halt den da aktiviert. Ah, okay. Was ist das? Wofür ist denn jetzt da die rechte Tür? Green Room, Alter. Warte mal kurz mal angucken. Ach so, ist nur hier so ein Shortcut oder was? Ja, keine Ahnung. Also ich gehe jetzt mal ganz davon aus, wir müssen da durch. Oh! Das ist ja nice. Kann ich das irgendwie fallen lassen, die Pisse? Okay. Jawohl. Oh, Mann. Wird schon wieder was geschrien? Ne, ich will doch lieber die. Hä? Äh, so. So. Hä? Da müssen wir vielleicht... Hä? Da müssen wir vielleicht doch... Ach so! Da müssen wir vielleicht doch geliehen. Da müssen wir vielleicht doch... ... die wir gerade geöffnet haben. Bist du gerade durch die eine Tür gelaufen? Ah ja. Aber ich sehe dich jetzt. Da bist du Hilfe! Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Ich bin in Gefahr! Bitte helfen Sie mich! Aber ich kann mal den Kreis laufen, warte. Bestes Spiel! Ja gut, das ergibt schon Sinn. Ich meine, in den Deckrooms gelten keine physikalischen Gesetze. Wieso sind wir dann auf dem Boden? Kann ich das einfach durchgehen? Ja. Natürlich, ey. Meinst du, Ducksprung geht? Na, ne. Es ist viel zu hoch. Ja. Außer interessant, dass das eine Mischung aus... ...Greenspace Reflections und Raytraced Reflections ist. Geil, ich habe meinen Wecker gar nicht gestellt. Och, Mann. Tigerlust. Hallo? Ich glaube, es waren schon jetzt 5 Minuten. 5 Minuten war das safe. Lalalalalala. Klingt wie viel im Bann. Ja, los geht's, ne? Jetzt sehe ich wenigstens was nicht abgekriegt. Ja gut. Besser sieht es irgendwie jetzt auch nicht aus. Ach du Scheiße. Nutz es, Dad. Kommt es hier durch? Das ist ja nicht der Verlust, ne? Ja. Habe ich den Wecker jetzt wenigstens gestellt, verdammt? Ja. Oh, Mann, ey. Bist du jetzt weg, oder? Ja, ich bin dead, dead. Okay. Ist das ein Kabel? Das kannst du mir doch jetzt nicht antun, einfach zu sterben. Da kam der Fernseher, Mann. Er hat gesagt, komm mal an mein Fernsehen ran. Wieso klingt das eigentlich wie so ein Rasenmäher, Alter? Wenn dein Nachbar morgens um 8 Uhr samstags diesen Banger spielt, Alter. Wieso werde ich gebummst und du nicht, hä? Was hinter mir? Opening Sequence. Ja, mach mal. Muss ich jetzt hier... Hast du zwei Generatoren angemacht? Nee, aber ich meine, das sind Leuchtung schon. Also ich muss beide anmachen. Ich will ja nicht lang. Ich weiß gar nicht, was du hast. Nein, es wird überhaupt nicht noch dunkler hier, gell? Da hat sich legit einfach einer neben den Rasenmäher gestellt und so. Ja, zieh mal, los. Ist so. Do it. Ja, klingt gut, Alter. Na, das klingt doch schon besser jetzt hier, ne? Ihr macht doch! Deko HD. Was war das? Was? 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 Was will er jetzt von mir, Alter? Ich blick's nicht. Was will er? Hier auf die Seite, Stuhl. Hm. Ach ja. Ach no. Pools Level, oder was? Was ist das denn? No diving. Achso. Hä? Nee. Hä? Ich gucke mir davon aus, dass der Kram jetzt erst wieder zugehen muss. Vielleicht spawn ich ja da raus. Na, ich hab gut kommen. Ich denke auch. Ich bin ja da. Ach. Ja, mach doch an. Nicht diese Handbewegung so dumm, Alter. Das ist so unnötig. Achso, hä? Wofür ist die da? Was ist das? Kann ich da rum? Oh, lol. Im kurzen Moment dachte ich schon. Erst, wenn du Close-In-Sequence anmachst. Ich versteh's nicht. hallo oder ist das weil ich irgendwo dead league ich bin relativ da wo wir angefangen haben beim spawnen da bin ich irgendwie gestorben ist jetzt so passiert ich bin hübsch kann es man kann ich das irgendwie jetzt hier jetzt geht es zu oder was hast du gemacht nichts yes man yes easy ich warte auf dich was machst du jetzt also wann ist das spiel rausgekommen nächste stufe ist leider noch nicht verfügbar okay vor zwei monaten okay das steht bei mir wenn ich weiter drücke okay das war schon weil ich habe nämlich nur ich könnte jetzt auf restart drücken drücken dann würde das spiel neu gestartet und zurück zum game menu was ist workshop survive my backrooms und so okay ja ansonsten gibt es nämlich nur den den survive modus und dann gibt es auch workshops also die escape ist ja gut das war es dann also unser glass hospital war das hospital war hospital 666 ja dann haben wir aber nichts mehr zum zusammenspielen arnold das stimmt ich habe da noch eins aber das ist kein multiplayer glaube ich zugefügt ah sealen things ja okay das ist kein multiplayer ja schon durch junge besten spieler der welt wir kennen uns halt aus mit backrooms man strahungen ja schon durch die sind und das zu viele gehen ist die